Hallo Leute, ja, ich bin vor dem Dungeon... Nein, ich will den Hammer nicht. Also vor dem Level da mit diesem komischen Zelle da. Ich hab rausgefunden, was man machen muss, also... Wenn man diesen Schalter da hochzieht, geht der Kiefer schon und dann kann man durch... ähm... da durch. Aber man muss schnell sein, deswegen... Dauert das jetzt vielleicht... Ich hab jetzt die Flügel ausgerüstet, weil ich muss schnell hier sein. Okay. Okay, komm jetzt. Okay, viel, viel schneller, hab ich jetzt auch schon bemerkt. Ähm, okay. Heißt das, dass ich jetzt... Ach, verdammt. Okay. Verdammt. Geschafft, okay. Also merkt euch, Flügel benutzen. Dann schafft man das. Boah. Okay. Sehr gut von mir. Krieg ich hier eine Tafel? Ja, ich krieg eine Tafel. Und was ist das hier? Tomahawk. Okay. Super, super, super. Ich lass mal die Flügel jetzt dran, weil... die bringen mir viel hier. Mehr als 20 Wolleys. Ach, kein Bock. Nee, kein Bock drauf. Ach, du bist es wieder. Der Lösenritter. Okay. Ach, stirb hier. Und... Stirb. Wo ist der Kumpel? Da. Okay, du bist auch weg. Und du auch, vielleicht. Hoffe mal. Okay, du kommst auch noch. So. So, so. Scheiß Mücke. Geschafft. Nee, 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 nee. Krieg ich Gold? Ach, ich krieg Silber. Verdammt. Mann. Egal, egal, egal. Jetzt hab ich in diesem Level nur einmal Bronze gehabt. Okay, eine Blume. Okay, wo geht es da lang? Schatten braucht man hier, okay. Äh, Objekte, Schlüssel. Warte, ich hab doch noch irgendwie Schatten... Warte. Ah, komm her. Äh, Charaktere, sag mal hier. Ah, hier Schatten. Olli ist sowieso tot. Die braucht es sowieso jetzt nicht mehr. Oh. Warte, wenn sie tot ist, warum ist sie noch da? Okay. Heißt das vielleicht, dass sie wieder zurückkommt? Hoffe nicht mal. Okay, warte mal kurz. Okay, es geht weiter. Äh, komm. Hier. Okay, zu mir hat sie noch geniegen. B. Betätige alles, Schalter. Und ich höre irgendwas Böses. Ähm, ist klar. Ist klar. Ist hier klar. Ist hier klar. Boah, sowas Böses. Okay, geschafft. Okay, die... Warte, wie heißt das wieder? Keine Ahnung. Dieses Riesenteil da. Ach, egal. Kriege ich jetzt etwas? Ja, ich kriege jetzt was. Und diesmal ist es braun, wie ich. Ein Rezept. Ja, eine geile Waffe. Aber das mache ich später. Ich glaube, Kati-Tags wusste das nicht, dass man das alles holen kann. Ha, dann siehst du das in meinen Videos. Ich habe das alles geholt. Hihihi. Mocha. Okay. Okay, die Blume haben wir. Dann gehen wir nach links. Wieso gibt es eigentlich keine Gegner hier? Okay, dann gehen wir mal hier weiter. Äh, was ist das hier? Hallo? Warte, der sieht aus wie von... Äh, wie heißt die Serie da? Mit den komischen Schatten-Dings da. Ach, du Scheiße. Goldsucher, ist klar, aber... Okay, dann muss ich... Okay, komm her. So, so, so. Warte, wie viel ihm hat der? Okay, nicht so viel. Okay. Okay. Er muss jetzt ein bisschen grau werden, dann habe ich... Dann kriege ich ein B. Warte, der ist grau. Okay, geschafft. Okay, jetzt nehme ich das von ihm. Er kriegt jetzt ein bisschen Licht. Gieriger, okay. So. Okay, jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Aber gleich kommt der Drache. Verdammt. Okay, er ist gleich tot. Okay, tot ist er. Okay, er kommt nichts mehr. Also, ich brauche jetzt Dollar. Dollar-Juwel. Ach, hör auf. Äh, Waffen. Geschoss. Ach, verdammt. Ah, warte, kann ich hier was reintun? Ja, ich kann das hier reintun. Da wird es irgendwie legiert oder so. Da wird es Kraft verlieren. Hm, okay. Okay. Objekte. Schlüssel. Nicht. Ach, hier gab es auch Donner. Verdammt. Ach, egal. Gemischt. Nichts. Blitzjuwel. Okay, jetzt kommt es. Aber, ich glaube, davor speichere ich mal. Zur Sicherheit. Nicht, dass ich abkratze oder so. Daten wurden gespeichert. Okay. Komm her. So. Jetzt geht es rein in den Getümmel. Ähm, okay. Ah. Das habe ich gebraucht. Komm zu Papi. Dankeschön. Und jetzt soll ich nochmal abspeichern, weil ich jetzt volles Leben habe. Cardi Sacks meinte auch, dass es ein schwieriger Gegner ist. Okay. Hoffen wir mal, das stimmt nicht. Oder er hat einfach Pech gehabt. Ja, davon kann man ein Trommelgott... Ja, wie ecklich sieht der da aus? Äh. Okay, wo ist der? Ähm. Okay. So, so. Okay, er kommt hier raus. Warte, er ist immer noch hier. Okay, so. So, 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 so. Ich lasse ihn keine Pause. Okay, er ist immer noch hier. Warte. So, 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 so. Irgendwas Böses kommt. Ach du Scheiße. Okay, warte, er ist hier. Betroffen. Super. So, 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 so. Okay, gut. So, 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 so. Okay. Verdammt, ich muss ihn treffen. Warte, wo ist er jetzt? Okay, da. Ach, verdammt, wieso hab ich nicht getroffen? So, so, so. Was? Cardi Sacks, ich schür auf alles. Du hast so Unrecht gehabt. Was ist los mit dir? Ich dachte, er war stark. Hey, das war ein Witz von deinem Gegner. Ich habe ihn viel stärker vorgestellt. Eine Frage zu einer neuen Welt. Die Erhabenheit in den Augen. Äh, das mache ich später. Beantworte auf die Frage. Du kannst auch später antworten. Antworte. Frage ist beendet. Okay. Ich habe das viel, viel schlimmer vorgestellt. Aber, ähm. Cardi Sacks hatte wohl Unrecht. Und wir kriegen Ua. Wir kriegen Ua. Roxas, du bist meinetwegen gekommen? Danke. Wie dem auch sei, ich bin beeindruckt, dass du allein so weit gekommen bist. Als alles bei Neuren schien, habe ich mir große Sorgen gemacht, dass du nichts ausrichten können würdest. Du bist sehr, sehr stark, Roxas. Du hast einen noch größeres Sals als wir Geistern. Alles, was ich dazu sagen kann, ist, du bist vom Buch ausgewählt. Warte. Okay, es geht weiter. Du wolltest mein Buch ausgewählt. Der Dach, den du bezwungen hast, hatte die Macht, Geister einzusperren. Die verlorenen Seiten des Buches waren die Quelle seiner bösen Macht. Die anderen Geister müssen ähnlich weggesperrt worden sein. Okay, dein Sieg über den Dach hat die vielen Seiten zurückgebracht. Warte, ich will das goldene Dings da bekommen. Kapitel 8. Geistgeist. Äh, Eisgeist meine ich, Mann. Wenn Eis den Norden bedeckt, wird der Engel einmal mehr erscheinen. Warte, hab ich jetzt das goldene Dingsbums jetzt gehabt oder nicht? Ah, da ist es noch, okay. Eine Eisplage? Das muss eine Verbindung zu Neaki geben. Das erste Mal, dass du Neaki gesehen hast, war in der Festung, richtig? Lass uns dort und dorthin gehen. Hm, was ist Roxas? Die Seite? Ich verstehe. Im Chaos hast du jemanden verloren, der dir sehr viel bedeutet. Normalerweise speichert ein Code-Scan nur die Information ab. Aber in diesem Chaos wurde die gesamte Person aufgesogen. Das ist noch nie zuvor geschehen. Es tut mir sehr leid, aber ich weiß nicht, was man dagegen tun könnte. Aber er gibt die Hoffnung noch nicht auf. Wenn du die ursprüngliche Macht des Buches wiederherstellst, sind Wunder möglich. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen dir zuerst alle Geister befreien. Dann musst du dich noch an einen speziellen Ort begeben. Dieser Ort ist der Sonnenhügel. Der Ort, an dem du das Buch der Berufersagen zum ersten Mal gesehen hast. In der Dunkelheit gibt es Hoffnung. Ich weiß. Ich weiß, dass dem das so ist. Lass uns aufbrechen, zuerst zur Festung. Okay. 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 Was ist das? Ein Rezept? Ich wusste es. Und was ist das für ein Rezept? Okay, das mache ich gleich. Und ich kriege jetzt ein bisschen mehr Leben. Okay. Warte, ich mache das jetzt mal das Rezept und wir sehen uns gleich. Okay, ich habe es gelöst. So. Und wir haben hier... Dämon... Dämon vor... Mein Hals. Entschuldigung. Er wird geschwindiger. Nach dem Vorbild sind noch so eine Günde gefertigt. Okay. Und können wir jetzt irgendwo hin? Hm, okay. Da mache ich mal einen Kartensprung. Also Karte... Äh... Wagt wie es fest und können wir jetzt hin? Ja, da gehen wir mal kurz hin. Und speichern da ab. Oder kann man noch, äh... Im Dorf da was machen? Hm. Warte, wir gehen erstmal im Dorf. Nicht das. Karte. Ach, muss ich wirklich von da anfangen? Okay. Kein Problem. Das dauert ja nicht so lange. Und war wie es fest, dann können wir ganz schnell dahin gehen, ja? Wir gehen einfach mal weiter. Wir haben ja sowieso schon sehr viele Metallisierentafeln bekommen. Ich weiß nicht, ob das hier ein... Ob das wie in Person ergibt, dass man ein gutes, schlechtes Ende bekommen kann. Vielleicht kann man ein schlechtes oder gutes Ende hier bekommen. Ich weiß nicht. Schreibt bitte zu den Comments. Ich würde es gerne wissen. Also, kann man hier was jetzt machen oder nicht? Wenn nicht, dann teleportiere ich mich gleich zu Wackis Festung. Nö, 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 nö. Okay, das haben wir jetzt auch erledigt. Oder wartet mal. Kurz was gucken. Wer hat sich hier das geändert mit diesen Karten? Was ist mir die Tafeln meint? Ach, nicht die. Okay, immer noch 4, 4, 4. Ich will mal wissen, wann sich das ändert. Reden. Äh, okay. Kaufen. Halt die Fresse. Ja. Ähm, büdelt. Fick dich ins Knie. Okay. Es gibt nichts Interessantes mehr, denke ich. Warte, kann ich jetzt zu diesem Turnier? Turnier. Okay, geht auch nicht. Karte. Wackis Festung. Gehen wir mal hin. Und das ist heute auch der letzte Part dafür. Und, wir sehen uns das nächste Mal. Oder kurz davor speichern. Haben wir noch Zeit dafür. Ja. Da hat man gespeichert. Und wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss.